Hä? Ist das noch irgendwas? Altäre? Was hat's mit denen eigentlich aufs? Ich sag immer noch nicht so richtig... ... richtig ähm... Prank für die Stranger Abyssals Ist nur für die Abyssals, ne? Stell mal so ein Ding auf. Ich will mal wissen, ob das sowas bringt. Ah, some guild approaching. So, hier jetzt mal so... Ja, die sind noch fit genug dafür. So, schön. Superschwieriger Kampf, weißt du? Also da steht alles in keinem Verhältnis zueinander aktuell. Diese Random Events, ähm, zu den Quests. Ich brauch wieder Phantoms, ich brauch viel mehr Phantoms in der Bude. Na? Okay. Da will ich mich natürlich nicht gegen beschweren. Da will ich mich auch überhaupt nicht beschweren, auf gar keinen Fall. Vampire haben wir genügend auf jeden Fall. So, mehr Leute die einziehen sind immer gut. Und... Child was born. Warning, some guild approaching. Was haben wir denn da? Talented Archer, Trainsword Master. Das ist ja sogar halbwegs was, ne? Wie sieht man denn da aus? Funktioniert das mit denen aktuell? Ja... Ja, ist noch nicht spät genug für meine Vampire. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, den kriegt sie sogar auch klein trotzdem. Da geht einer dahin, das ist mir wurscht. So, packen wir. Machen wir gleich den Schnellvorlauf wieder an. Sehr schön. Some guild was destroyed. Nichtsdestotrotz, ich hätte gerne mehr Phantoms. Ghostina! So, jetzt schauen wir mal. Rooms light around, okay. Also ich kümmere mich später an um die Räume. Ich will aber mehr Phantoms. Jetzt habe ich schon Ballons gekauft. Jetzt müssen doch noch Phantoms kommen. Bin ich da? Bist du uns zu tief hin? Das ist ein ganz normaler Cheeky. Boah, some guild approaching. So, witch. Eine witch. Dann hauen wir natürlich euch da hier raus, ne? Um die witch platt zu machen. So. Einer geht nach Hause. Das hier gefällt mir ehrlich gesagt nicht gut. Da hole ich lieber den aus dem Haus. Der kann nicht. Der Feuerelement kriegt den sogar klein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Nein, 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 nein. Den will ich meinen Phantoms haben. Du gehst auch bitte nach Hause. Bitte. So, und die kann ich jetzt rausholen, denke ich mal. Boah, die ist auf jeden Fall nicht stark genug. So. Ja, es wird etwas schwieriger. Trotzdem steht es nahm wie vor und kein Verhältnis zueinander, finde ich. Wie krass schwierig die eigentlichen Quests sind. Im Vergleich dazu. Und da ist immer noch kein, kein Phantom gewesen. Nicht ein einziges. Kann doch nicht sein. Die Phantoms, die Undead, mögen mich doch, dachte ich. Die mögen mich doch. Die Undead, naja, sie ist, ja, lieben mich aber nicht mehr. So, gib mir Perfume. Perfume, ja. So, dann bekommt ihr erstmal bessere Häuser. Und Perfume ist hier mit drin. So. Jetzt muss ich all meine Untoten total befriedigen. Aber ich habe immer noch den einen im Haus. Ich brauche mir Untote. Die super happy sind. Alter. Eine riesige Schlamme. Ach. Aber es kommen nie. Talented Trained. Es kommen einfach nicht genügend Leute. Also nicht. Naja, es kommen schon genügend Leute. Aber es kommen halt keine neuen. Ähm. Keine neuen Untoten. Keine neuen, ähm. Phantoms. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was mir im Kopf los ist. Aktuell immer gerne mal. Ja, die machen halt zu wenig Schaden. Die kann ich mir inzwischen echt überhaupt nicht mehr leisten. Vom Damage Shady reinzustellen. Diese Pflanzenviecher. Die sind eigentlich ganz cool. Aber selbst voll geboostet machen die halt kaum Schaden. Hm. Obwohl. Wenn ich hier plus 20 habe, dann sind es auch immerhin 30. Ist, naja. Ist nicht so wenig. Ich will aber trotzdem einen Phantom haben. Wir haben hier Probleme mit der Miete. Und da auch. Need TV for work. Give me Love. Nein. Give me Love Hammer. Give me Iron Dumbbells. Na ja. Ne, die waren bei den Fitnessgeräten logischerweise. So. Ich geh jetzt einfach mal kurz durch die Räume. Give me Up Master. Wieder daneben. Da. So. Give me Lonely Flower. Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung. Die hab ich schon. Die gibt's schon. Aber. Puh. Aber. Puh. Aber. Wo denn? Tja. Give me Lonely Flower. Die war doch hier mit dabei. Small Bioteur Flower Garden. Torch Flower. Mr. Stone Statue. Ich hab keine Ahnung. Na ja. Give me Handheld Game. Ach so. Das ist noch. Was er da hatte. Ich wollte schon sagen. Ich wollte mich schon anfangen zu beschweren. This room rocks. Cooler. This room rocks. Monsieur. Newy built in kitchen. Here you go. Leer, leer, leer. This room rocks. This room rocks. This room rocks. Give me 3D TV. Here you go. Give me ice cold spring. Kann ich glaube ich auch noch nicht. No cash rent. Need desk for work. Sorry man. Give me erotic cakes. So. Water and chuckle. So. This room rocks. Give me Lonely Flower. Das können wir machen. Nein. Ach. Jetzt sind wir wieder bei denen. Ich bin der Meinung, ich hatte die schon, die Lonely Flower. So. Jetzt gleich, wenn sich der nächste anstellt. Und äh. Kompli.